Wir haben 10 Sekunden bis zur Prognose. Wer liegt vorn im Bund? Wie groß ist der Abstand? Darauf achten wir in wenigen Augenblicken, nämlich jetzt. Die Prognose für die Bundestagswahl. CDU, CSU 24 Prozent, sehr deutliche Verluste. Schlechtestes Ergebnis bisher. SPD 26 Prozent, deutliche Gewinne. AfD 10 Prozent, Verluste. FDP 12, ähnlich wie vor vier Jahren. Linke 5, fast halbiert. Grüne 14,5, deutliche Gewinne. Andere zusammen 8,5. Die SPD ebenfalls 25 Prozent. Die AfD 11 Prozent. Die FDP kommt ebenfalls auf 11 Prozent. Die Linke genau der 5 Prozent. Die Grünen erreichen ihr historisches Gestesergebnis 15 Prozent.